WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sie schleichen ja genauso wie mein Großvater. Warum sollte ich schnell fahren? Weil ich Sie darum bitte. Das ist ein unglaublicher Kampf zwischen diesen beiden Spitzenfahrern. Beim nächsten Rennen hab ich dich. Vergiss es, du tanzt auf zu vielen Partys. Dafür lieben dich alle. Schnelligkeit allein macht dich nicht zum Weltmeister. Du musst fest daran glauben. Ich kann ihn schlagen, glaubt mir das. Er fährt konstant von Rennen zu Rennen. Riskiert er auch sein Leben, wenn's wirklich drauf ankommt? Willkommen zum wichtigsten Rennen des Jahres. Lass es sein! Ich fühle mich verantwortlich für das Geschehen. Wenn ich sehe, wie du rennen klingst, während ich um mein Leben kämpfe, dann bist du auch für meine Rückkehr in die Formel 1 verantwortlich. 42 Tage nach dem furchtbaren Trash ist Niki Launa heute wieder am Start. Stärker als die Angst vor dem Tod ist der Wille zum Sieg. Stärker als die Angst vor dem Tod